Er war gut, aber Julic reagiert zu spät. Escu, auch er mit einem Weitschuss, flatter Ball. Dem Hasei stand aber im Offside. Und die Parade von Heinz Lindner bei diesem wuchtigen Schuss von Heko Raukiescu. Also, Nevin Bayrami kommt für Runar Marsigurjonso. Damit hat auch Bernecker sein Wechselkontingent ausgeschützt. Sigur Jonsson, wie immer, sehr, sehr mannschaftsdienlich, der Isländer. Zeigte eine starke Partie, war viel unterwegs. Stopfte Löcher. Ich glaube beim FC Luzern, heute klar der Beste, Innerschweizer. Dann geht Hocko dazwischen. Kriesiu, Kriesiu. Und der Ball ist drin. Heko Raukiescu, 72. Minute. Costa, quindi Knesewic in mezzo al campo. Kriesiu, largo, ora cercare Claudio Lussenberger. Hunziker, findet sich da plötzlich in aussichtsratche Position. Und jetzt lässt Schneebergström einfach so stehen. Im Spielfalten, Scherer lässt weiterlaufen. Schneuli zur Mitte, der Praller. Penalty. Nein. Ja. Er gibt ihn. Ja. Er gibt ihn aber in meinen Augen. In der Mitte, Juric. auf christian schneuli aus der distanz der nächste versuch von bieter abseits von hücker dann das war ein richtig zu an basel möglichkeiten trauere gut gemacht von ks in sicht suche von björn nasson 9 stieg man mit nur 22 punkten ab und in der letzten saison holte man 31 zähler das reichte politik klärt bis zu hädiger doppelpass versuch mit siegfried wir hatten in der ersten halbzeit einverstanden mit dieser entscheidung von jacote dafür nur ein müdes lächeln übrig christian schneuli tor 21 81 minute nie ausgebesselt hier ist ein feiner pass hücker den wird er noch erlaufen im ball zurückgelegt und 1 zumal doch schneuli Es mutiert der Enkel. Claudio Lustenberger. Erneut Jamir Hüka. Der albanische Nationalspieler. Kriegschuh für Lustenberger. Und da kommt Marco Schneuli.